so hallo youtube wir haben das nächste video für euch online diesmal geht es um ein bmw m3 wir haben hier die baureihe f80 das heißt momentan noch die aktuellste modellbaureihe auch schon das facelift modell und der grund das auto auf den prüfstand zu stellen war einfach zu wissen was sagt bmw hält bmw seine versprechen stimmen die leistungsangaben streut das fahrzeug vielleicht sogar nach oben das war der grund einfach mal auf den prüfstand zu gehen zu schauen was macht das fahrzeug auf dem prüfstand schaut das video an wir haben es für euch vorbereitet bildet euch eure eigene meinung und danach sehen wir uns wieder bis dahin viel spaß beim video so 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 Vielen Dank fürs Video schauen, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und freue mich natürlich, wenn ihr auch in meinem nächsten Video dabei seid. Dafür abonniert mich und lasst ein Like da. Bis bald!